Also da muss ich jetzt mal den Theologieprofessor raushängen, bitte, die unbefleckte Empfängnis hat nichts mit der Jungfräulichkeit Mariens zu tun. Also das ist wirklich ein Irrsinn, den ich erlebe, auch von Leuten, die Theologie studiert haben, die dann plötzlich am 8. Dezember mit der Jungfräulichkeit Mariens anfangen. Wenn wir im Kalender Mariaempfängnis stehen haben als Bezeichnung des Feiertags, kann man sie irgendwie verstehen, noch dazu kurz vor Weihnachten, dass man dann sofort in diese Richtung, wie Pavlovsche Hunde jetzt eben kommt, Empfängnis Maria, Jungfräulich, nein, am 8. Dezember, der genau neun Monate vor dem 8. September ist, das ist das Geburtsfest Mariens, am 8. Dezember feiern wir, dass Maria vom ersten Augenblick ihres Daseins an, also ihre Empfängnis, wie sie empfangen worden ist, auf natürliche Weise durch ihre Eltern, die vermutlich Joachim und Anna heißen, vom ersten Augenblick ihres Daseins an, ohne jeden Makel der Erbsünde ist. Also sie ist das ursprüngliche Konzept Gottes, der Mensch, der so ist, wie er ist, die zweite Eva, die durch die Erlösungsgnade Christi jetzt eben schon der vollendete Mensch ist. Bitte, Entschuldigung, wenn ich das sage, also ich halte es nicht aus, weil das theologische Wissen oft so dünn ist und dann polemisiert man gegen die Jungfrauengeburt. Also hier geht es um den Seinstand Mariens in der Gnade am 8. Dezember bei der unbefleckten Empfängnis. Die Jungfräulichkeit Mariens, die hat wieder zutiefst etwas mit Christus zu tun, dass die Großartigkeit dieser Existenz, die wir in Jesus Christus sehen, nicht etwas ist, das sich aus biologischen Parametern ableitet, sondern durch das direkte Eingreifen Gottes selbst. Sie empfing vom Heiligen Geist, vom Heiligen Geist. Sie kommt zum Kind, wie die Jungfrau zum Kind kommt. Nicht durch eigenes Tun, sondern weil Gott etwas getan hat. Sine virili semin, wie die Kirchenväter dann eben schon sagen, ohne männlichen Samen. Und da geht es wirklich um Christus, der wahrer Mensch, Leib aus der Jungfrau Maria und wahrer Gott, eben die Vaterschaft, die ganz die Vaterschaft Gottes jetzt eben ist, dass das Ganze eine Glaubensherausforderung ist. Das verstehe ich. Vielleicht auch deshalb ist das so irgendwie immer der springende Punkt von den Wundern, weil wir alle als Kinder in einer gewissen Naivität sind. Wir wissen nicht, wie Kinder in die Welt kommen. Dann werden wir aufgeklärt und dann wissen wir plötzlich, was Mann und Frau da jetzt eben tun, dass Kinder werden. Und dann kommt die katholische Kirche und sagt Jesus. Ja, aber Jesus, da müsste jetzt wieder in eine Naivität zurückgehen, die eben vorher Aufklärung stattgefunden hat. Und das ist ein Unsinn. Es handelt sich hier nicht um Naivität, sondern es handelt sich hier wirklich um die Wunderbarkeit Gottes selbst. Eigentlich das Wunder aller Wunder, denn der christliche Glaube unterscheidet sich ja fundamental von den anderen Religionen, wo menschliche Propheten irgendwelche Weisheiten oder Lehren von sich geben. Wir aber glauben, dass Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott von wahren Gott in Jesus Christus zu uns gekommen ist. Geboren aus der Jungfrau Maria, nicht aus menschlich-biologischen Parametern ablieb, nicht aus dem Leben, 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 nicht aus